hallo und herzlich willkommen zu einer neuen woche beim rp real farming ls 19 meets reality der neue mann steht neben mir hallo so ich muss mal kurz eine ankündigung machen ja und zwar an die lieben zuschauer es wird jetzt diese woche kein nicht jeden tag neu anmoderiert sondern wir haben uns entschlossen oder ich habe mich dazu entschlossen ich werde jetzt zwei stunden so lange ist die aufnahme session nonstop durch aufnehmen und dann einfach die folgen in länge schneiden das heißt ja es gibt jetzt eine anmoderation und am sonntagabend eine abmoderation und zwischendurch dürfte gerne immer wieder kommentare da lassen und was auch immer so wie es der neumann auch gerne mal tut meins oder deins ich glaube das ist ja saßen sie oben im unfallwagen drin ich höre mit der saß eigentlich der war gestern letztes gestern war hier bei mir hier oben steht vom landhandel ein traktor denn was ist das für einer ein fendt 8 20er vario mit ladewagen der hat den unfall mit dem harry hofer davon weiß ich jetzt nichts die haben sich die felge gestriffen beide ich kümmere mich gleich mal in auftrag gegeben abzufahren wenn sie hilfe brauchen beim klären rufen sie mich wieder an ja ich rufe sie gern ist gut was hat man denn letztes mal gesagt du warst hier sie waren ja beim feld spritzen ja es hat ja gut geklappt rechnung mache ich ihn auch gleich fertig und gedüngt waren auch beide felder voll noch nicht beide voll wollte ich als nächstes machen ja dann machen sie mal ok gut dann wahrscheinlich in zehn minuten wieder an jo passt wenn sie soweit sind passt schon ist dann erstmal ist dann tschüss so ich bin gerade überlegen wir haben noch 95.000 so ne mein auto steht ja beim landhandel jetzt habe ich halt gerade nichts zu tun ich bin gerade überlegen ich würde mir gerne noch ein feld kaufen ich würde mir gerne noch ein feld kaufen und darauf ach nee ich muss mal mein ganzes zeug noch verkaufen so mein autos hin was jetzt auch wirklich mal mir gehört das war nämlich vorher noch auf dem falschen konto da muss man richtig aufpassen hier der hat mich ja nicht angehalten der herr racex nebenher können wir auch einfach mal weiter fahren so ich werde jetzt mal zum händler gehen und gucken ob der irgendwie einen abnehmer hat für mein equipment was noch bei mir steht aber vielleicht kann ich das nur loswerden das wäre ganz nice so ich frage mal was der hier noch rumstehen hat wo ist er denn hier hallo 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 herr peter ich habe gerade mal eine frage ich habe ja zuletzt forstwirtschaft gemacht und ich hätte da jetzt ein bisschen equipment über ja finden sie dafür vielleicht abnehmer oder wollen sie das bei sich einstellen oder irgendwas geht's ich habe den china den china wenn ich mir das mal anschauen könnte sehr gut ja dann kommen sie am besten mit runter an mein hof ok dann stehe ich in mein auto und dann komme ich ok dann bis gleich tschüss wo auch immer das ist äh kennen sie nicht hof 3 unten ja ja ich müsse nur gucken wo mein auto ist ja suchen sie mal gut bis später bis später oder bis gleich gut dann machen wir das so wenn der vorbeikommt ist er noch besser da 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 so ups ja schon gutes geländefahrzeug hier muss man schon sagen your mom is calling back for no real reason ruft ihr jetzt schon wieder an hallo hallo wer ist denn da herr reinhard ah hallo und zwar ähm das steht nicht im anzeiger da rufe ich jeden an wollte ich sie mal fragen ob sie am traktoren rennen also soll ein traktoren rennen stattfinden ob sie da teilnehmen wollen ähm mit ihrem eigenen traktor meinem eigenen ja ja könnte ich machen ja gut dann heiße mal auf dann müssten wir nur mal ihre hochfarbe sagen wie bitte ihre hochfarbe keine ahnung grün glaube ich kennst du waruna nicht den waruna aus youtube kennen sie den warten sie mal lassen ah ja doch stimmt ja genau der hat immer alles der ist immer grün war jetzt grün nein äh doch ja so ungefähr okay das war es auch schon okay gut bis dann ja ciao was die hier für klingeltöne reinhauen so ich muss mal gerade gucken was sie alles verkaufen muss den düngestreuer kann ich behalten den frontlader kann ich im grunde auch behalten ich glaube ich muss das sowieso alles zu ihm bringen ich stelle mal gerade alles parat die dolly die dolly verkaufe ich glaube ich auch ah warte mal die bio bells steht noch beim sap oben den muss ich gerade mal anrufen hallo hallo sepp hast du äh du du warst glaube ich ein bisschen länger äh nicht da ja bio bahnfortbildung ja das ist ärgerlich aber dadurch muss ich dir sagen dass ich gar kein forstwirt mehr bin nicht nein ich habe den job an den nagel gehängt ja das war so viel stress ich war kurz vorm burnout aber da fällt mir ein oder ist mir gerade eingefallen dass meine bio bells der mulcher steht noch bei dir brauchst du den noch ja ich kauf dann noch das ist geschickt ähm 5.000 oder oder ist das zu wenig ja das ist viel machst zweieinhalb ja na lass ich ihn gerade bei dir oben stehen ja ok super das war's schon bis schon kommen perfekt danke danke bis dein ciao so schnell so schnell ist verkauft warte mal dann frage ich warte mal was habe ich denn noch was der vielleicht brauchen könnte ich glaube der braucht sonst nix so ich muss mal gerade in die bücher gucken ich gehe mal gerade rein gerade mal in die bücher gucken was der ganze scham ist 17 4 21 4 24 5 24 5 25 2 ok katalog wälzen hier ich glaube ich muss erstmal alles an alles ans land verkaufen da 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 ok mhm 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 aber irgendeine Scheune bräuchte ich dann wahrscheinlich schon oder so ein so ein Ding hier der quetscht sich auch in die letzte Lücke hier der Hanspeter so guten Tag hallo Herr Peter so hier habe ich Ihnen schon alles zusammengestellt um was er sich dreht da hätten wir einmal den China Import Anhänger ja die Dolly brauche ich nicht mehr die Seilwinde mhm die Poltergabel hier in Case Road von Stoll und hier die Turbosäge also das werden alle Dinge die ich loswerden müsste ja sieht sogar noch sehr gut aus also ich hoffe mal also die Winde ist nicht A gebraucht das einzigste der der Auto der China Import aber der kommt ja gut zurecht mit so hartem Geläuf ja da kommt er sehr gut mit zurecht ja ein bisschen Abnutzung ist immer aber ja das sind ja in der Forstwirtschaft gewesen ja hier unten an der Taikunenseilwind ist ein bisschen der Lack ab ja ein bisschen aber nicht viel ich schreibe eine Anzeige äh ja können sie mal machen ähm und dann hätte ich eine Frage ob sie vielleicht einen gebrauchten Drescher im Angebot hätten äh ich hab keinen gebrauchten aber ich hab einen Drescher hm was kostet der und was ist das für einer das ist der zweite Rostemash der zweite der mit den inkludierten Schnaublex der für 300.000 der 161er äh kann sein ja naja naja übersteigt mein Budget leicht 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 viel ok ne dann müssen wir das anders machen hm 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 ok so Anzeige ist geschoben mal sehen ob sich jemand dafür meldet ja ok ähm ich sage ihnen mal gerade was mindestens bei rumkommen müsste ähm ja oh das ist die dolly habe ich vergessen also sind wir bei 7100 10 2 10 2 27 6 31 5 ich sage jetzt mal so 35.000 müssten schon bei rumkommen 35.000 ja falls nicht dann würde ich äh irgendwie das alles ein bisschen günstiger oder so in Ostblock verkaufen die Rumänen die Rumänen brauchen das bestimmte um Forstwirtschaft zu machen ja mal sehen ob sich jemand meldet ok ok gut äh wann melden sie sich ähm wegen den Sachen ja wenn sie sich jetzt in zwei Stunden oder anderthalb Stunden kann und melden dann werde ich jetzt nochmal ja 16.30 wäre schön 16.00 ok gut dann danke ich recht herzlich äh und ich komme gleich nochmal vorbei weil ich bräuchte noch so ein, zwei Sachen sie wissen ja Forstwirtschaft braucht Geld äh ähm das auch ja ja und Maschinen ja ok gut dann bis gleich ja bis gleich tschüss